herzlich willkommen liebe wenn freunde zu einem weiteren optimierungs video von wenn berlin ich stehe heute im kastenwagen heute wird nicht außen geschraubt sondern heute wird in einer optimierung vorgenommen genau genommen geht es um die küchenzeile an der küchenzeile haben wir das problem dass es uns stört dass wir nirgendwo die lappen und handtücher oder eine küchenrolle einhängen abstellen oder wie auch immer befestigen können und dafür haben wir uns folgendes überlegt wir haben uns zwei von diesen handtuch haltern besorgt einen haben wir schon verschraubt und wieder zu verschrauben ist was wir hier besonderes machen können mit löcher bohren gegen gewinde schneiden und so weiter und so fort das möchte ich euch in dem nächsten video erklären in der einleitung habe ich schon kurz gesagt es geht um die montage zweier solcher handtuch halter einen habe ich schon angebaut und den zweiten möchte ich mit euch gemeinsam anbauen um euch zu zeigen wie das geht ja weil es ist eigentlich in meinen augen relativ simpel und kein großes projekt aber der nutzen ist entsprechend da zunächst mal haben wir uns zwei von diesen handtuch haltern besorgt die sind in etwa 40 cm lang edelstahl zeichnen sich dadurch aus dass sie auf der oberen seite wir werden das so verbauen dass sie auf der oberen seite bereits ein loch haben mit einem durchmesser von 4,2 mm und dieses loch werden wir benutzen um nicht wie vorgesehen wo sind sie hier diese holz schrauben oder diese schrauben die sind dabei mit kappen die man alles dann wunderbar verstecken kann und so weiter die will ich nicht nutzen ich möchte diese schrauben benutzen zeige ich euch mal mit diesem kopf diesen kopf möchte ich von oben durch das holz sozusagen durchstechen oder durch bohren und dann durch stecken das holz ist 15 mm stark und das material in etwa knappen zentimeter vielleicht einen halben bis ein zentimeter wird es haben und meine idee ist dass ich die schrauben dann von oben hier entsprechend eindrehen kann dafür habe ich mir einen gewindebohrer besorgt wo auch immer jetzt liegt hier vorne liegt da und mit dem lässt sich das hervorragend machen beim ersten haben wir das schon gemacht und beim zweiten werde ich euch jetzt zeigen wie das geht ok also positionieren bezüglich dem positionieren werden wir das direkt an der anderen schiene die hier oben vorhanden ist anlegen in etwa hier jetzt habe ich licht angemacht noch wieder aus circa so nehmt euch einen schönen kurzen stift dafür der ist hier schon reintritt schon zu lang ein bisschen kürzer wäre noch besser so die löcher markiert sind sie ich werde sie kurz nachzeichen um sie weiter zum holz hin anzuzeichnen so der schrank oben das passt auch beide elemente also beide halter werden bei mir in diesem frank hier oben dann verschraubt das zeige ich euch nachher jetzt das loch bohren dafür nutze ich einen fünfer bohre bewusst das loch leicht größer so ein wenig entgraten das könnte mit dem fingernagel machen könnte ich aber auch professionelles werkzeug kattermesser oder was auch immer benutzen in meinen augen reicht hier der fingernagel dafür aus ok ein bisschen dreck haben wir unten gemacht aber das ist jetzt nicht schlimm als nächstes werden wir das gewinde bohren in das metall dazu am besten spritzer öl nehmen ich habe jetzt hier noch in der garage schneid öl spray gefunden wird also das hier leicht befeuchten ja viel ist nicht mehr drin aber ein bisschen was ist drauf reicht als film ok 4,2 millimeter loch gewinde schneider mit fünf das ist einer der jetzt direkt drei phasen hat also der sozusagen ein allrounder der komplett alleine genutzt werden kann sprich ein vorschneider mittelschneider und nachschneider das gibt es auch an andere sets aber ich werde euch mal in der produktbeschreibung dieses set hier sozusagen verlinken mit dem ich das mache so mit schneiden wir ihn an immer ein stück wieder zurück ja so ein paar umdrehungen dann immer wieder zurücksetzen das merkt er dann richtig entsprechend das metall sich löst im video werde ich jetzt sicherlich ein bisschen den zeitraffer benutzen das heißt ich halte jetzt mal meine klappe und mache die beiden löcher entsprechend hier fertig so loch nummer eins ist fertig wir starten mit dem zweiten loch schön gerade ansetzen nicht mehr zu viel druck leicht vorwärts und dann auch schon wieder rückwärts in den grad hier zu brechen also nicht zu weit rein drehen lieber weniger vorwärts und immer wieder ein stück rückwärts um einfach step by step vorwärts zu gehen ansonsten bricht es euch einfach ab die erfahrung habe ich auch schon gemacht und wichtig 4,2 mm vorwohren also kontrolliert dass die löcher entsprechend dem bohrer 4,2 ja dass das vorgebohrt ist und dann könnt ihr den m5 benutzen so alle beide löcher sind fertig ja ich hoffe man kann das erkennen wir wischen das jetzt ein bisschen ab leichter ölfilm und die späne achtet darauf dass ihr hier das mit öl macht am besten wenn ihr habt nutzt ein gebläse um das entsprechend auszupusten rasen die halb rund wie heißt sie genau halb rund kopf schraube ja das ist eine m5 der länge 25 beziehungsweise gucken wir noch mal auf 20 nicht 25 20 20 mm 15 material 15 mm hat das material 5 mm in etwa können wir hier dann drin reinschauen reinschauen ins material und ja noch mal gucken also noch ein paar späne drin ja wenn wir noch mal nacharbeiten also macht ihr eine kurze trockenübung dass die schraube auch hier ohne probleme reinzudrehen geht bei mir das extra mit im bus extra oben abgeflacht damit das oben so wenig wie möglich aufträgt so und ich stelle fest deswegen werde ich ganz kurzen break machen ich noch mal kurz zum gebläse und werde mit dem kompressor und werde das etwas auspusten weil da sind noch sägespäne drin alles klar gleich geht weiter so mit dem kompressor wurde das loch noch mal ausgeblasen und siehe da unsere löcher und schrauben passen hervorragend zusammen das heißt die schrauben nach leicht schief habe ich es vielleicht hier geht es hier ist besser das passt jetzt ok wunderbar so das heißt im nächsten schritt die löcher haben wir bereits drin hier oben immer ein bisschen sauber machen den dreck ein bisschen zur seite packen das ran halten und dann versuchen wir es direkt schon festzuschrauben viel mehr ist nicht ich verzichte darauf oben mit einer scheibe noch zu arbeiten warum weil ich nicht möchte das werde ich euch gleich am ende film hier oben rein weil ich nicht möchte dass das zu sehr aufträgt und ihr seht das jetzt aktuell hier vielleicht rausschauen fünf millimetern etwa möchte ich ja auch dass die schraube entsprechend hier im gewinde verschwindet und das würde es nicht wenn ich da oben noch mit einer zusätzlichen scheibe arbeite weil dann bleiben vielleicht noch maximal zwei zweieinhalb drei millimeter übrig und ein bisschen mehr will ich schon das ist im material fest sozusagen also dass es rein gedreht werden kann so hier ein bisschen mit dem inbusschlüssel nacharbeiten der erste schraube haben wir schon drin die zweite hinterher das loch passt soweit ich das erkennen kann auch hier wenn man ein bisschen nacharbeiten beide schrauben ziehen an dafür benutze ich jetzt an diesen kleine rate die passt schon mal die zweite passt auch hier natürlich nicht zu fest weil unten braucht auch keine weil das ist ausreichend breit das material aber wenn ihr oben jetzt zu groß anpresst dann verschwindet die schraube einfach mal im korpus holz das korpus holz doch relativ weich ist klar vor nachteil man könnte es jetzt ein bisschen versenken aber zu sehr versenken will ich es nicht aber das werde ich euch gleich zeigen ok gut haben wir es auch schon dann schwenken wir mit der kamera mal hier rum so sieht es also dann jetzt von vorn aus alle beide elemente ja so hier hinten das kriegt man noch ab ein bisschen mehr von unten vielleicht hier mal ein bisschen näher ran das heißt ihr seht hier das versuchen wir mal scharf zu machen ihr seht hier die beiden schrauben minimals draus schauen das gleiche auf der seite das heißt ihr könnt die auch von hier vorne drauf schieben oder von hinten das hier also das geht wunderbar und wie sieht es hier oben aus das vielleicht noch ein bisschen beleuchten hier das heißt diese schrauben sind ein bisschen versenkt tragen so kaum auf also sprich man kann hier locker flockig rüber und sollte es dann doch so sein dass sie sich zu weit reinziehen dann werde ich hier oben nochmal mit einer scheibe das ganze sichern ok ja projekt abgeschlossen würde ich sagen das heißt wir haben unsere zwei handtuch halter hier befestigt die dame des hauses wird sich jetzt freuen weil der lappen kann dann ab sofort hier rüber gepackt werden und wird nicht mehr über der spüle oder in der spüle hängen und ja wenn ihr bessere ideen habt wenn ihr andere ideen habt wenn ihr dort sagt nee das können wir so und so machen und ihr habt noch einen anderen vorschlag dann seid so lief schreibt das in die kommentare unten rein klappt euch das auf das material verlinke ich euch das heißt ich werde euch die beiden handtuch halter die wir jetzt hier genutzt haben einer kostet glaube ich 20 euro vom großen a und ist edelstahl in meinen augen wertig ich habe das noch mal gemessen vorhin 625 gramm hat ein handtuch halter sprich bei beiden sind wir knapp bei 1,25 kilo die wir als mehrgewicht rumschleppen aber in meinen augen ist das einfach ein mehrwert und die sind auch massiv und stabil so dass die hier bei uns nutzen haben ja gibt uns ein like lasst ein abo da freut euch auf die nächsten optimierung wenn ihr vorschläge habt was man auch machen kann auch gerne immer wieder rein in die kommentare unten müsst ihr euch auf klappen dann könnt euch das alles anschauen und schreibt uns für den moment verabschieden wir uns wenn berlin sagt tschüss bis dann auf wiedersehen